So Kinder, da sind wir zur Schule gegangen, Gary und zwei. Wenn ihr schön aufpasst, sind die Kinder da. Wenn ihr schön aufpasst in der Schule, könnt ihr eines Tages auch wieder Tyron, ne? Ein schönes Auto fahren. Tyron, aber was macht man? Immer nett sein, oder? Genau, immer nett sein. Immer nett sein. Die Schule hat eine riesengroße Geschichte hinter mir, auf jeden Fall. Und da kommt auch schon Escalade hier gerade und ist schon auch am Start hier. Er war auch auf dieser Schule, das ist ja der Hammer. Wir sind auf dieser Schule geriet. Er war erfolgreich. Von Erzcöln. Gary und zwei. Alle waren in Hauptschule, Gary und zwei. Schneid es auch bitte weg. Ach, biff. Gary und zwei. Gary und zwei. Alles klar bei dir? Escalade. Johnny Lamoni, was geht bei dir? Freut mich, ja, bestens. Alles cool. Ich war hier auf der Schule, gerne ins Wahlen, ne? Tyron auf der Schule, du siehst, ne? Ja. Wir sind Straßenabitur, ne? Ja, das kann man auch gut machen. Immer, immer cooler. Was haben wir gelernt? Immer korrekt sein, nach der Schule, vor der Schule arbeiten, ne? Ja, so sieht's aus. Also, wie soll ich das sagen? Schule, ähm... Ja. Alles klar. Komm mit. So, das war ein Episode Street-Style, Schattenwelt TV. Du musst mir nicht groß erzählen, um gar nicht erst zu feiern. Auf, mehr Erksamkeit zu erwecken. Denn im Inneren machst du, ha, die können nicht mal lecken. Dann hab ich mir die entgegen. Cash an allen Ecken. Die Bollen wollen nicht checken. Hängerli wie Zecken. Doch dein Arme fängt an, Paragrafen zu rappen. Denn Dollar, Deutsche, Marks, denn alles Futter der Deppel. Gesetz ist Gesetz. Sag es auf, wenn ich catch, ich bin ein Virus im Leben. Ich hoffe, wir bekommen ein Schattenwelt TV. Bitte nochmal. Schatten, Schattenwelt TV. Ich kann hier, Jungs. You already know, Schattenwelt TV. Das ist der Dönde, das tut er mich immer nervt. Das ist deine Frau. Das schon. Alles klar, Schattenwelt TV, das neue Gesicht, Benz vom Stamm und mein Mann. M.Dot. Genau, den John, den haben wir geknebelt und gefesselt. Er ist irgendwo dahinten auf der Toilette. Ab jetzt gibt's nicht mehr von dem. Wir sind hier, das neue. Wir sind hier in der Essig-Fabrik, gerade kurz zum Auftritt. Memphis Bleak, Vorgruppe. Und deine Funktion ist? Ich bin der Produzent von Tyrance Dos Santos, der aktuell einen Song mit Memphis Bleak hat. Dann bin ich noch DJ, aka DJ Maze. Und bin hier heute hingekommen, um mein Mann Memphis Bleak, den Homie hier rechts, zu meiner rechten, den Benz vom Stamm. Ich bin dieser, der Gott fährt, schillend Blut, bin mein Schuss, der Fuß auf mein Kopf. Du hältst mich von Arroganter, ich geh vor Ruhe, da ist Fock. So ein bisschen zu supporten und ja, heute war auf jeden Fall lustig. Wir waren am Flughafen, haben Memphis Bleak da abgeholt. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen gewartet und jetzt sind wir hier. Und ich freue mich auf jeden Fall hier bei Schattenwelt TV zu sein. Ja, ich gebe mal hier an dich weiter. Vielleicht hast du noch was zu erzählen über deinen Tag. Alles klar, ich habe gehört, ich kriege 50 Euro jedes Mal, wenn ich Schattenwelt TV sage. Deswegen sage ich jetzt noch einmal Schattenwelt TV. Schattenwelt, Schattenwelt, Schattenwelt. Nee, er hat sich befreit. Er hat sich befreit. Ich stecke ihn wieder zurück in die Besenkammer. Jedenfalls. Alles klar. Shoutout. Ich bin ein Dollar, Deutsche Marks, denn alles Futter der Deppen. Gesetz ist Gesetz. Was seid ihr sau, wenn ich catch? Ich bin ein Virus im Nest. Hochbegeert wie Jaxx, der Mann, der nicht petzt, sondern Marsch, die besetzt. Und seine Meinung erst kalt in einen Song aufsetzt. Der deinen Geist versetzt in einer Realität, in der jeder nur noch erntet, was ihr auch seht. Also seid mir nicht böse, wenn ich in eurer Seele fühle und euch erscheine als ein Mann ohne jedes Gefühl. Ich merke mich mit dem Herzen, die ich zu erfüllen. Ich mache mich so zu fühlen, wie jedes Gefühl. Ich habe die Liebe verbreitet, in meinem Poker spielt. Und trotzdem geht es weiter, I keep on a run. Die Schmerzen liegen im Herzen, die ich so erfülle. Ich mache mich so zu fühlen, wie jedes Gefühl. Ich habe die Liebe verbreitet, in meinem Poker spielt. Und trotzdem geht es weiter, I keep on a run. Die Schmerzen liegen im Herzen, die ich so erfüllen. Yo, DJ Döden, wir sind direkt aus Köln. Heute Abend DJ für Mepis nicht live. Shoutout an Schattenwelt TV. Übernahme, Komikate, 5-1 im Haus. Ihr seid in unserer Gewalt, Alter. Weißt du, wir drehen so Videobotschaften wie die Al-Qaida. Wir sind hier, im Memphis Bleak, machen Vorgruppe, Alter. Rocken das Haus. Heute Abend mit Kane, Hell und der Stamm. Komm her raus, Alter! Wie ihr seht, wie ihr seht, wir haben übernommen. Es gibt diesen Jonny Lamani nicht mehr. Es gibt Schattenwelt nicht mehr. Willkommen bei 5-1 TV. Kopf drin. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017